Ja, der doTERRA Vergütungsplaner BDF. Zuerst einmal, du bekommst den Download direkt unterhalb von diesem Video und ich möchte wichtige Erläuterungen geben. Ich selbst bin kein Vertriebspartner von doTERRA, bin aber Trainer, war im Network Marketing und habe in ein Konkurrenzunternehmen von doTERRA im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht. Ohne über Produkte zu sprechen, ohne Homepartys, ohne Namensliste, mehr dazu unterhalb. Zuerst einmal, beim doTERRA Vergütungsplan gibt es die sogenannte Handelsspanne. Das ist sehr, sehr wichtig, die zu kennen. doTERRA Wellnessbotschafter erzielen 25% Gewinn, exklusive Mehrwertsteuer, auf Käufe ihrer Einzelhandelskunden. Das ist eben die Spanne. Beim Verkauf an Endverbraucher kann man als Berater, unabhängiger Berater, die Produkte selbst zu einem günstigen Einkaufspreis kaufen und dann mit Gewinn weiterverkaufen. Das würde ich dir nicht raten, da kommst du nicht weit, sondern gut ist, dass du auch ein Team aufbaust und da gibt es den sogenannten Schnellstartbonus unter anderem. 20% Schnellstartbonus auf Käufe und Verkäufe des neu eingeschriebenen Beraters in den ersten 60 Tagen. Sehr, sehr wichtig. Wird wöchentlich und auf drei Ebenen tief ausbezahlt. Die Voraussetzung dafür ist eine persönliche Abo-Bestellung von mindestens 100 PV, 100 Punkten. Es gibt dann den Unilevel-Organisationsbonus bis zu 7% auf maximal sieben Ebenen, abhängig vom Leadership-Rang. Und es gibt hier eine sogenannte dynamische Kompression. Das heißt, es sorgt dafür, dass Bestellungen, solange die Struktur durchsuchen, bis ein qualifizierter Berater gefunden wird. Also es kann auch in der 33. Ebene sein. Es ist schon sehr, sehr spannend und finde ich vom Vergütungsplan her auch sehr fair. Es gibt dann auch den sogenannten Leadership-Pool oder die Leadership-Pools vielmehr. Das sind zusätzliche Boni monatliche für höhere Leadership-Ränge. Da sage ich dir gleich was dazu. Und zwar, du bekommst zum Beispiel drei Anteile für Presidential Diamonds. Dann gibt es das Treue-Programm LRP. Hier ist es so, dass es kostenlose Produktpunkte für monatliche Abo-Bestellungen gibt. Und dafür brauchst du mindestens 100 PV. Also sind dafür erforderlich. Die Quelle findest du unterhalb. Eine ist noch sehr, sehr wichtig. Der Vergütungsplan bei doTERRA ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Arbeitsweise. Das heißt, dass du nicht der Freunde zugehst, sondern dass du über Facebook die Kontakte generierst. Unterhalb findest du den Zugang zu meiner Facebook-Gruppe, wo ich dir das genau zeige in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Produktpunkte können als Zahlungsmittel für Käufe genutzt werden. Auch sehr spannend. Und ja, das ist dann die Zusammenfassung. Wie gesagt, ein weiterführendes Training hast du jetzt unterhalb von diesem Video. Da zeige ich dir genau, wie du alles aufbaust, ohne Freunde anzureden. Rock it. Bye, bye.